Ja moin und willkommen zurück zu Minecraft Battle Minigame, diesmal wieder mal in der Switch-Version. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich diese wunderschönen Wii U-Parts rausgepfeffert habe wie nichts anderes, ich weiß nicht, ich hätte nicht gedacht, dass das Desinteresse an der Wii U-Version so groß ist. Es liegt mir nicht irgendwie an der Resonanz oder so, darum geht's mir nicht. Es geht mir viel mehr um die Kommentare, die ich bekommen habe, von wegen so, ja, wir wollen keine Wii U-Version sehen, wir wollen die Switch-Version sehen. Und ich denke mir so, warum? Was in aller Welt motiviert euch dazu, diese Version hier mehr zu beachten, oder dieser Version mehr Beachtung zu schenken als der Switch-Version? Also das ging nicht so ganz in meinen Kopf rein. Also viele von euch haben die Switch-Version präferiert und die Wii U-Version totgeredet. Und dabei liegen die Vorteile der Wii U-Version doch eigentlich auf der Hand, ja, mehr an Maps und so weiter und so fort. Ich habe ja auch den Kommentar bekommen, wenn du schon eine Wii U-Version spielst, dann nimm auch nicht diese vier Standard-Maps mit rein. Beziehungsweise drei, aber ihr wisst, was ich meine. Die Bucht-Map, die Schmelztiegel-Map, die Strand-Map, oder heißt sie Bucht? Ich glaube, die könnte sogar Bucht heißen. Und natürlich die Tal-Map. Die soll auch nicht in der Wii U-Version drin sein, weil die gibt es ja auch hier bei der Switch. Finde ich vollkommen okay, dass das einige von euch gesagt haben. Wobei ich ja sowieso die Bucht, Schmelztiegel und Höhl-Map rausgelassen habe, so gut wie ich eben konnte. Die Tal-Map war zwar mit drin bei diesen Wii U-Parts, aber ansonsten, okay, ich weiß Bescheid fürs nächste Mal. Entschuldigung, es tut mir sehr leid, ja. Aber ernsthaft, so viele haben in die Kommentare geschrieben, okay, nicht die Wii U-Version, Bitch! So viele hatten halt keinen Bock darauf, dass ich halt die Wii U-Version spiele. Und ich verstehe nicht, warum. Grafisch unterscheidet die beiden Versionen, Switch und Wii U, nichts voneinander, gar nichts. Höchstens die Auflösung, oder vielleicht die Frame-Rate hier und da mal, die Ladezeiten, okay. Aber ansonsten sind beide Versionen noch gleich. Und die Unterschiede merkt man jetzt auch nicht so gravierend. Also ich will damit sagen, dass die Unterschiede auch nicht so gravierend sind, wie man sich das vorstellt. Oder wie man sich das denkt. Naja, gut. Ich habe halt wirklich mehr Kommentare bekommen, die gesagt haben, dass ich doch bitte mal die Wii U-Version weglegen soll. Ja, dass ich mich davon verabschieden soll. Und wenn ich das nicht tue, dann kann ich mich auch direkt mal weghängen. Keinige Scheiße, von wo kam der denn? Ah! Ah! Der hat mich gerade eben so ein bisschen angehört wie Donkey Kong aus. Donkey Kong Country Returns, nachdem ihm die Bananen geklaut worden sind. Ah! Irgendwie so. Ja. Okay. Aber ich sage mal so. Ich werde weiterhin die Wii U-Version spielen und sie auch aufnehmen. Weil ich weiß, okay. Es gibt zwar Leute, die sich darüber aufregen, dass ich sie spiele. Es gibt aber auch genauso viele Leute mindestens, die es freut, dass ich diese Version spiele. Weil gerade dort mehr Maps verfügbar sind und so weiter und so fort. Und ach, wisst ihr, dieses ganze Problem um den Maps und so weiter. Das wird ja nicht bestehen, wenn das Battle-to-Cover-Update bald mal draußen ist. Womit wir dann natürlich auch eigentlich kein Battle-Minigame mehr spielen müssten. Weil wir Zugang zu so vielen Maps haben. Wir könnten aufs Server gehen und dort ein bisschen Action machen. Klar gibt es da auch hier und da die gleichen Maps. Gerade wenn es um Survival geht oder so. Es gibt ja auch abgewandelte Formen von Battle-Minigame. Das nennt man dann, glaube ich, im Volksmund Survival. Oder, ja doch, Survival Games nennt man das, glaube ich. Oder Quick Survival Games. Und da gibt es ja auch Unmengen an Maps auf Unmengen von Servern, auf denen wir spielen können. Ich würde dann eigentlich eher sagen, dass täglich dann diese Minigame-Parts kommen. Statt Battle-Minigame. Wo wir dann wirklich nur einen Bruchteil an den Maps haben, die wir uns... Was heißt Bruchteil? Weil, ich sag mal so, es gibt noch mal viel mehr Maps, die qualitätsmäßig so daran anschließen können. Und sich auf keinen Fall einen Zacken aus der Krone brechen, wenn es darum geht... Oh, sehr intelligent, dankeschön. Wenn es darum geht, zwischen Battle-Minigame... Oh, du kleines Schweine! Ja, du Sau! Okay, ich denke, ich werde gleich rausgekickt. Oder er macht jetzt gleich den Raum zu. Weil er gestorben ist und ich glaube, er ist der Host. Ich glaube, er ist ein schlechter Verlierer. Aber okay. Ja, also ich will damit sagen, es gibt halt so viele Maps, die vom Look, vom Aussehen her... Mindestens genauso gut aussehen, wenn nicht sogar besser auch sind, als diese Maps hier, die wir hier spielen müssen. Weil es halt nichts anderes auf der Switch-Version gibt. Switch, ihr habt es gesehen. Hätte ich jetzt auch rein identieren können, ne? Tja. Vielleicht habe ich das sogar, lol. Vielleicht spiele ich ja doch die Wii U-Version, lol. Ach ja, und wie willst du das hier rein editieren, Kai? Keine Ahnung, das hast du jetzt gesagt. Sau. Aber gut. Ähm. Achso, der ist runtergefallen. Okay. Okay. Aua. 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 Der hauli aus. Aua. Danke sehr, Tom Schniedel, für deine Mithilfe. Dankeschön. Hm. Aber ich denke, wir können heute ja mal so ein bisschen darüber reden, wie denn der Video-Fluss an Battle-Minigame und so weiter Minigame aussieht, sobald das Battle-Together-Update draußen ist, ne? Ich sage mal so. Sobald dieses Update draußen ist und ich sowieso auf jeden Server geben kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Lust hätte, dieses Let's Play weiterzuführen. Also, ich kann mir natürlich vorstellen, hier und da noch ein paar Parts in der Woche zu bringen. So mal so ein, zwei Parts am Wochenende, aber täglich werdet ihr dann versorgt mit den besten Maps und den, äh... Ich sage mal... Ja gut, die besten Maps... Das werden wir sehen. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass die Maps qualitätsmäßig an den... ...jetzigen anschließen können, wenn nicht sogar besser sind. Aber! Wir haben dann mehr Variation für den Anfang. Und vielleicht sogar auch mehr Spaß. Mehr Stabilität. Weil das Ganze dann über richtige Server läuft, ja. Los, schieß mich ab. Ach, hast nicht getroffen. Du Schwein! Wo ist der? So, in Ordnung, damit ich mir nicht so schnell wegrenne, ist hier. Kleines Schwein. Willst du dich da etwa wieder weg, Aluak-Bahn? Komm ran, es wird Zeit, dass du endlich mal sterben tust, ja. Wie er sich selber noch vergiftet hat. Sehr schön. Also ich weiß zwar nach wie vor nicht, wann dieses Spiel... ... oder dieses wunderschöne Bad-at-to-gever-Update rauskommt. Keine Ahnung. Ich hoffe immer noch auf einen Release im Februar, März. So, oder ich hoffe immer noch auf einen Nintendo Direct, die uns auch vielleicht was zu diesem Update sagt. Und nicht nur etwas, sondern auch, wann es kommt. Oder ist das zu viel verlangt? Ich bin mir nicht sicher. Und voller Raum. Cool. Ich weiß zwar nicht, wie ich dann das Let's Play dieser Minigames... Ja. Sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, wie ich dieses neue Let's Play dann nennen soll. Ob ich es dann einfach nur Minecraft Minigames nenne. Und dann sage ich so, okay, in diesem Part machen wir mal Master Builders. Und dann im nächsten Part machen wir mal wieder so ein bisschen Survival Games. Oder... Ich weiß ja immer noch nicht genau. Sky Wars, okay, okay. Gut, Sky Wars könnte man echt überlegen, das dann auch noch zu machen. Aber... Wie wäre es denn... Wenn wir vielleicht sogar aus den einzelnen Rubriken auch eigene Let's Plays machen. Das heißt, wenn wir halt Sky Wars spielen wollen, nennen wir das Let's Play Art eben. Okay, du bist scheißgruselig, Alter. Mach dich weg, du Sau. Dann nennen wir das Let's Play Art einfach dann, wenn wir Sky Wars spielen, Minecraft Sky Wars. Ich habe ja eigentlich schon ein existentes Sky Wars Let's Play. Minecraft Sky Wars Switch und so. Ja, ihr wisst Bescheid. Und das könnten wir ja dann auch unter diesem Let's Play laufen lassen. Aber gerade so Survival Games oder so, das will ich jetzt nicht Battle Minigames nennen, weil das hat nichts damit zu tun. Also ich möchte das Ganze schon in eigene Rubriken schachteln. Dass ich dann halt sage, okay, wenn wir Survival Games spielen, nenne ich es halt Survival Games Switch. Wenn wir Sky Wars spielen, Minecraft Sky Wars Switch. Wenn wir Master Builder spielen, Minecraft Master Builder Switch. Oder vor Nintendo Switch. Ich weiß ja nicht, was dann mehr Klicks gibt. Ja. Werden wir dann sehen. Ja. Aber ich bin schon wirklich gehypt. Also, ihr könnt euch ja nicht vorstellen. Ihr habt das Gefühl, es würde dann tagtäglich nur Minecraft kommen. Und zwar nur Minecraft. Um 12.30 Uhr natürlich Minecraft Battle Minigame. Um 13.30 Uhr Minecraft Tumble Minigame. Um Minecraft U30. Wer kennt's? Bei. Um 14.30 Uhr Minecraft Glide Minigame. Für Switch. Klar. Um 15.30 Uhr Minecraft Sky Wars. Um 16.30 Uhr Minecraft Survival Games. Um 16.30 Uhr dann Minecraft Master Best. Und ihr seht, die Möglichkeiten wären krass. Wir könnten einfach jeden, jeden Tag Minecraft spielen. Und das an jedem Zeitslot. Ich könnte auf die ganzen anderen Projekte scheißen. Dann werde ich ein richtiger Minecraft Kanal. Ja. Ohne Scheiß. Das würde doch bestimmt mal wieder die Klicks geben. So nach längerer Zeit. Die ich vergeblich suche. Ja. Oh ja. Die Klicks. Ach, wäre das schön. Mal wieder ein paar Klicks zu bekommen. Ein paar zu generieren. Zur Gönnung des Tages. Aber jetzt war es so gefragt. Fändet ihr es denn schlimm? Wenn Battle, Glide und Tumble Minigame nicht mehr kommen würden. Da ich dieses Jahr im Austausch mit Sky Wars, Survival Games, Master Builders und so weiter und so fort ersetze. Fändet ihr das grob schlimm? Oder wäre das für euch eigentlich voll okay? Ein guter Ersatz. Vielleicht mache ich eine Umfrage rein. Vielleicht denke ich dran, sie euch zu zeigen. Oder sie einzufügen. So was vergesse ich ja häufiger mal. So dumm wie ich bin. Kennt man ja nicht anders von mir. Aber ich denke in der Umfrage würde dann sowas stehen wie zum Beispiel. Ich kann mir vorstellen euch zu fragen. Hättet ihr dennoch. Hättet ihr trotz des Better to Cover Updates und trotz der neuen Let's Plays in Sachen Minecraft Minigames. Weiterhin Bock auf Battle Minigame und den anderen Minigames. Und dann wird da wahrscheinlich Ja stehen oder Nein stehen. Die Frage ist wahrscheinlich zu lang formuliert. Also ich sag mal so. Ich nenne diese Minigames mal die Minecraft 4J Studios interne Minigames. Die hausgemachten. Wollt ihr weiter die hausgemachten Minigames bei mir sehen? Oder wollt ihr lieber die Fan-Minigames bei mir sehen? Ich denke so wird die Umfrage heißen. Und dann könnt ihr entscheiden ob ihr halt... Oh du Sau. Ich weiß gar nicht so genau warum. Jedes Mal. Ich weiß gar nicht so genau warum. Jedes Mal wenn ich irgendwie zuschlage oder Truhen öffne. Warum. Diese Shortcut-Auswahl unten. Immer zum rechten Kasten geht. Zum Beispiel jetzt. Wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt. Hier zum Beispiel mein Schwert habe. Und ich mache eine Truhe auf. Ah oder liegt es vielleicht an. Dem L-Knopf. Dass man mit dem L-Knopf nämlich alle Items in seinen Kasten zieht. Liegt das daran? Womöglich. Ja toll. Hätten sie auch irgendwie entfernen können. Das ist ja so ein grober kleiner Spielfehler der mir jetzt erst auffällt. Cool 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 cool. Ihr dürft entscheiden wie es aussieht. Aber ich denke mal. Viele von euch werden offen für Neues sein. Es gibt ja. Es gibt ja wirklich. Die End. Die Möglichkeiten. In Sachen Minigames. Sind hier auf diesen Fanservern. Um so viel. Größer. Oder. Es ist grenzenlos. Ja. Ich will damit jetzt nicht sagen. Es gibt endlos Minispiel. Aber es gibt halt schon viele. Es gibt Mario Party Minispiel. Selbst sowas gibt es. Und uns beschränkt man hier auf 3, 4 Maps. Auf der Switch Version. In Battle Minigame. Tumble Minigame mit ich glaube auch nur 2, 3 Maps oder so. Und Glide Minigame auch mit 2, 3, 4 Maps. Wenn überhaupt. So. Wo ist die Variation? Die Variation werden wir uns holen. Durch die vielen Minigames die es gibt. Und durch die vielen Maps die es gibt. Also ich sage mal so. Variation ist auf trocken am Start meiner Fräuleins. Es gibt so viele Minigames. Also hier. Uns beschränkt man hier auf 3. 3 Stück. Und 4J Studios hat eigentlich versprochen noch ein viertes Minigame reinzuholen. Bevor man das Better Together Update raus packt. Jedenfalls habe ich das so gehört. Wie ihr sehen könnt. Bleibt es bei 3 Minigames. Und ich denke auch nicht, dass noch ein viertes dazu kommt. Ich glaube mal nicht. Dass sich da 4J Studios nochmal Mühe gibt. Weil die werden sowieso sehen. Hey die Spielerzahlen gehen in Battle. Tumble und Gleit-Minigame so runter. Scheiße. Die Spielerzahlen werden in diesen hausgemachten Minigames so runter gehen. Das ist nicht mehr fällig. Ich hätte ja in den Heilkreis rennen sollen. Fuck it, Alter. Naja. Die werden so weit runter gehen, dass sich 4J Studios denkt. Da lohnt es sich doch sowieso nicht noch ein weiteres Minigame für zu machen. Was ich verstehen kann. Ja. Aber bis hier. So viele fragen mich auch. Kai. Hast du schon mal ein Minecraft PC Let's Play gemacht? Tatsächlich. Nein, habe ich nicht. Das würde mir vielleicht auch in der Let's Play Liste fehlen. Irgendwann in 10 Jahren dann. Wenn ich wieder Bock auf Minecraft habe. Bäh. Lol. Ähm. Ich denke mir so. Nein. Alles was ich. Ja gut, nicht alles. Aber das was ich mit dem Better Together Update bekomme. ersetzt ja schon quasi fast die PC-Version. Fast. Was heißt fast? Also klar. Die PC-Version ist halt immer noch um Welten besser. Um Welten. Versteht ihr? Weil man im Survival Game oder im Singleplayer nochmal um so viele, ähm, größere Welten hat. Als in der Konsolen-Version oder als in der Server-Konsolen-Version. Dennoch. Dennoch. Fände ich es eigentlich ganz knorke, wenn ich nicht jedes Mal nach der PC-Version gefragt werde, weil ich weiß nicht. Ich will das gerade mal ganz kurz anmerken, bevor wir jetzt wieder zum Thema zurückkommen. Dieser Typ, der hat doch gerade eben die ganze Zeit mit diesem eingeteamt. Und jetzt fällt der denn so in den Rücken rein. Was für eine Sau. Generell habe ich das Gefühl, dass die ganzen Japaner gerne den Enderman-Skin nehmen. Cool. Der ist cool. Ja, der ist wirklich ganz okay. Aber nochmal aufs Thema. Ich werde halt wirklich des Öfteren gefragt. Kai, wie sieht's aus? Spielst du auch mal die PC-Version von Minecraft? Hast du die da mal gespielt? Und wie gesagt, es gibt ein Let's Play. Und das nennt sich Minecraft Triforce. Wer das gucken möchte, kann das tun. Das ist ein Multiplayer-Let's Play. In etwa zwei Jahre alt. Und das haben wir halt wirklich original auf dem PC aufgenommen. Ja? So. Guckt euch das an. Um euch die Wartezeit auf Community. Die ganzen Minigames. Better, äh, ja gut. Better Together ist ja das gleiche. Und natürlich... Oh, was gibt's? Was war... Das Showcase-Let's Play mit dem super, super Texture-Pack. Ja? Versüßt die Wartezeit ein wenig mit diesem wunderschönen Let's Play. Oh. Und dann wisst ihr Bescheid. Aber ich denke, allzu viel habe ich hier nicht mehr zu erzählen. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Generell ist das Thema auch sehr spontan entstanden. Ich wollte eigentlich heute über Arena of Valor reden. Aber dann ist es halt beim nächsten Mal dran. LOL! Mehr Themen! Sehr gut! Aber ja. Minecraft. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Was gibt's denn Schöneres auf der Welt? Ich denke, wenig. Ich denke, da haben wir doch kaum Spiele, die diesem Spiel hier Einhalt gebieten können. Oder die diesem Spiel das Wasser erreichen können. Es ist doch jetzt mal so eine dumme Idee, da reinzuspringen, ey. Ohne Witz, ne? Wie kann man denn nur so dumm sein, wenn man keinen Feuertank dabei hat? Junge! Da springt man doch noch nicht rein. Man weiß doch ganz genau, dass sobald diese Seelensände in der Lava sind, dass man, sobald man draufspringt, trotzdem verbrannt wird. Es ist so unintelligent einfach. Naja, gut. Brodingus, oben rechts ist die Umfrage. Stimmt dafür ab. Es würde mich sehr freuen. Es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr diesen Part hier auch bewerten könntet, ne? Wenn doch nur so viele Leute das Let's Play mit einem Daumen bewerten könnten, wie auch abstimmen. Oh, das wäre ein Traum, Alter. Werden aber nicht, nicht mal, ich sage euch mal so, nicht mal die Hälfte der Leute, die abgestimmt haben, werden auch ein Like da lassen. Wir werden weniger Likes als Abstimmung haben. Aber das ist ja sowieso klar. Das kenne ich ja nicht anders. Das ist jedes Mal sehr traurig. Naja, gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Und abstimmen. Ganz wichtig. Würde mich sehr jucken. Danke sehr. Arigato gozaimasu.